hallo ihr lieben es ist schon wieder mittwoch ich kann es nicht fassen wie schnell die wochen rumgehen aber tatsächlich es ist schon wieder mittwoch es geht weiter mit unserem würfel weekend diese woche würfeln wir den prompt 25 die würfel habe ich schon mal bereit gelegt damit ich das nicht vergesse lege ich die mir hier an den rand des tisches heute startet auch die neue serie ein journal aus design blogs kreieren gestalten und anfertigen ich habe nicht so wahnsinnig viel zeit deswegen starten wir sofort durch ich habe mir einen ganzen stapel sachen bereit gelegt also zum einen habe ich natürlich hier die blogs die ich euch ja schon beim letzten mal gezeigt habe da sind so verschiedene design blogs eben und diese sind natürlich nicht für seiten jetzt geeignet die sind eher dann für embellishments und dekoration die lege ich mal auf die seite die kommen weg diese hier werden durchaus geeignet um seiten daraus zu bauen und deswegen schaue ich die jetzt noch mal kurz durch und schaue welche seiten ich dafür wenden möchte von diesen blättern hier ich möchte nicht alles verwenden aber ich möchte einige davon verwenden für seiten so das sind jetzt schon mal diese dinge die ich aus dem design blogs unbedingt verwenden möchte hier verschiedene formate es gibt das große 30x30 es gibt diese kleinen blättchen hier keine ahnung was das dann wieder für ein format hat ich weiß es nicht das hier ist schon noch kleiner ich weiß auch nicht das a4 also es gibt total verschiedene formate das macht aber nichts entschuldigung dann habe ich noch andere papiere das ist aber so dick und stabil das würde ich für embellishments verwenden das lege ich mal hier oben hin das ist für für karten und pockets und tux boards und so was dann habe ich hier zwei pseudo master boards die habe ich mal auf dem prospekt zusammen geklebt das ist und ziemlich alt das habe ich mal vor monaten schon gemacht das war so ein prospekt der ins haus gekommen ist und da habe ich einfach schnipsel drauf geklebt genauso hier bei diesem ding habe ich schon mal ein teil von abgeschnitten und habe gedacht das passt eigentlich farblich auch noch ganz gut das jetzt hier nicht unbedingt das geht wieder zurück für was anderes aber diese sieht ja selber hier sie sind auf so einem prospekt von elektronik laden gewesen die könnten eventuell passen aber die sind ziemlich dick das ist quasi master boards die werde ich zu der seite legen die zu embellishments kommen okay bevor wir jetzt weiter blättern würfeln wir mal den ersten würfel nehmen wir mal hier das thema und schauen was daraus kommt tier oder pflanze tier oder pflanze okay tier oder pflanze so jetzt geht es weiter mit den anderen papieren ich habe noch mehr designpapiere gefunden und beschlossen dass die auch mit reinkommen außerdem habe ich beschlossen dass dieses journal nicht nur rosa wird rosa ist zwar hier eine wichtige farbe drin aber ich werde eben auch schwarz und ich werde grün mit aufnehmen ja schwarz einfach um das rosa ein bisschen runter zu gradieren und runter zu mildern und grün einfach weil grün ja auch immer in diesen pflanzen motiven auch immer vorkommt deswegen schwarz und grün wird auch mit aufgenommen und ich würde unsere nächsten würfel ich würde den g würfel hoppala gefaltet sagt er gefaltet okay wir haben tier pflanze und gefaltet so jetzt machen wir weiter ich würfle unseren materialwürfel liebe leute ich würfle den materialwürfel ups der sagt washi tape washi tape wir haben tier oder pflanze gefaltet und washi tape so jetzt geht weiter mit den etwas ungewöhnlicheren papieren und zwar habe ich jetzt hier ein stück auch vom tetrapack es fühlt sich ein bisschen an wie stoff ist aber papier ist auf jeden fall als seite geeignet dann habe ich hier etwas aus einem verpackungs material aus einer bestellung das ist einfach so ein braunes packpapier das passt immer und zu allem muss auf jeden fall was von rein dann habe ich hier eine unterlage eine klecker unterlage das habe ich mir unten drunter gelegt als ich mit wasserfarben gefärbt habe damit ich meine ganze küche eingesaut wird und möglicherweise werde ich davon etwas verwenden obwohl ziemlich viel blau drin ist ich muss mir das noch überlegen aber ich habe es mal bereit gelegt hier ist noch ein stück verpackungs papier in einem anderen braunton auch immer dazu hier haben wir so ein schönes naturpapier mit löchern drin und durchschauen kann ist auch sehr schön aber das wird auch eher das für embellishment sein das kommt auf diese seite ein papier mit einer karte von einer stadt ich glaube von stockholm oder so ist das glaube ich weil es eine karte von stockholm ja genau passt vielleicht auch ganz gut dazu so dann habe ich zwei wunderschöne drucke von der lieben stefanie träger wunderschön und ich denke das ist wirklich ideal für ein naturjournal die rückseite vielleicht jetzt nicht unbedingt aber diese seite hier die finde ich wunderbar die kommt auf jeden fall mit rein und die auch ich weiß noch nicht wie ich sie einbringe also ob ich die mit einbinde oder also das wird wahrscheinlich mit eingebunden und das werde ich vermutlich eher irgendwo aufkleben aber ich weiß noch nicht wo daher kommt es auf den stapel embellishment dieses quietschige pink das gibt mir jetzt schon auf die nerven hier oben das ist jetzt schon schrecklich so da habe ich mir doch bereit gelegt ein paar umschläge die ich mit einbinden könnte hier ein werbeumschlag von der fattoria laviala da ist noch ein umschlag drin interessanterweise der passt für mich sehr gut von der optik dann habe ich einen kleinen naturfarbenen umschlag einen hellgrünen umschlag einen gebrauchten umschlag mit blumen drauf und geburtstagswünschen könnte passen einen roten einen dunkelroten und einen ganz grünen umschlag von der energie steiermark was mein stromlieferant ist und vielleicht nehmen wir den grauen dann auch noch dazu der lag ja schließlich auch da und dann habe ich hier noch gefunden so eine grüne verpackungsschachtel das ist so eine kissenschachtel kennt ihr bestimmt wie man so haltet man dann so und so und dann ist das ding verpackt und zu kann man dann was rein tun so wenn man so macht das natürlich weniger sinn in dem journal das ist klar das gibt nicht das funktioniert so nicht das ist viel zu dick aber wenn man jetzt folgendes macht dieses also da kann man was draus machen ich bin mir sicher und wie happy my dear friend das kann auch dann dranbleiben ist auch schon ein kleines embellishment so ihr lieben jetzt haben wir alles zusammen und jetzt muss ich mir überlegen welche seiten nicht wirklich da rein tue jetzt werde ich mir erst mal überlegen welche größe soll das journal denn haben wie dick ist mein stapel denn inzwischen ich muss ja auch bedenken dass das hier diese stärke die ich jetzt hier habe das sind so drei zentimeter das wird ja noch mal gefaltet in der mitte das bleibt ja nicht so das wird gefaltet das heißt das wird doppelt so dick das wären schon sechs zentimeter und das sind nur die seiten ohne verzierung ist natürlich viel zu dick wenn ich das journal dann binde und dann auch noch embellishments und verzierungen rein mache dann ist das ganze ding ja nachher 15 zentimeter breit also dann wird das ja so und das das möchte ich eigentlich nicht dass es so fett wird und deswegen ja müssen wir uns überlegen wie wir das ein bisschen kleiner kriegen ich werde jetzt einfach mal anfangen und diese dinge hier die ich hier habe auf zwei stapel verteilen ich möchte in das journal zwei beziehungsweise maximal drei signaturen rein machen dicker soll es nicht werden und jede signatur soll ungefähr zehn seiten drin haben wir machen drei signaturen und dafür lege ich mich jetzt erstmal stapel zurecht und verteile diese ganzen blätter die ich hier habe auf diese drei stapel so liegen jetzt habe ich hier drei stapel die haben immer noch noch viel zu viele seiten das ist ganz klar viel zu viele seiten aber ich habe jetzt geschaut dass auf jedem stapel möglichst nur eine von diesen dicken stabilen karton seiten drin ist weil das wird die äußere signatur in jeder lage sein dieses dicke karton papier und davon habe ich eben in jeder lage jetzt nur eins das war mir jetzt wichtig aber ich denke dass die immer noch viel zu dick sind die einzelnen lagen trotzdem schiebe ich mir jetzt einfach alle erst mal zusammen ja das ist jetzt schon ein großes projekt was hier auf dem tisch liegt weiß gar nicht ob ihr das jetzt überhaupt zu sehen könnt ich versuche mal noch ein bisschen abstand hier zu schaffen vielleicht könnt ihr das ein bisschen besser sehen eine signatur zweite signatur dritte signatur ja so weit die theorie ich werde jetzt damit es in dem video ein bisschen schneller geht werde ich jetzt eine signatur mit euch zusammen ausdünnen und falten und die anderen beiden mache ich dann ohne euch aber ihr wisst dann wie es funktioniert und ich zeige euch dann am schluss wieder wie das ganze spielchen dann aussieht also ich legt zwei weg und wir nehmen uns jetzt mal diese eine hier vor und falten uns die erst mal auf ich denke auf 5 größe weil das ist einfach ein handliches format es könnte jetzt auch größer als auf 5 seine wir können jetzt auch sagen okay wir falten das auf dieses lange format kann man auch machen aber schöner finde ich jetzt und handlicher finde ich ab 5 das passt auch in jedes das regal und ich denke das ist so jetzt müssen wir das hier irgendwie falten auf auf was müssen wir das falten keine ahnung 6 inch ja eigentlich nicht wahr 6 inch mal das kann man irgendwie rausklappen ja das ist gut so wir machen also wir rillen das ganze mal auf 6 inch und hoffen und beten dass das in der mitte ist also nicht schneiden hoppala na toll habe ich schon wieder ausgehängt das ganze wieder super hingekriegt das ist ja mal wieder mädel 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 so ok wir rillen und wir rillen das relativ kräftig das ist wirklich dick so das ist jetzt ein recht seltsames format eigentlich so lang so hoch und lang natürlich könnte man das format jetzt beibehalten aber wenn ich jetzt eine a4 seite nehme dann ist die ja zu hoch also nicht nur dass sie zu schmal ist um sie komplett einmal zu falten kann man problemlos machen man kann ja auch seiten verlängern und zusammenkleben die sogenannten franken pages machen also da muss definitiv was runter es muss auch nicht unbedingt a5 sein aber wenn wir das runterschneiden auf 21 cm und wir schneiden das auf 25 runter und wie viel ist dann weg ich schneide jetzt erstmal auf 25 cm runter ich hoffe dass das schneidet weil irgendwie habe ich das ding ausgehängt das ist jetzt ziemlich dick gewesen zum schneiden aber gut das ist wieder ein stück das kann man wieder für embellishments verwenden hier so wie sieht es jetzt aus jetzt habe ich es auf 25 cm geschnitten ist eigentlich immer noch immer noch ein bisschen hoch oder was sagt ihr was findet wie findet ihr das jetzt somat also wenn man da jetzt auf vier quer rein macht ich klicke da mal was rein dann ist das kleiner klar also ich das jetzt falte a5 ist ja nur 21 cm ich glaube ich mache es auf 22 cm ich möchte dass diese äußeren hier ein bisschen höher sind als die seiten die innen reinkommen also das ding gedanken habe ich mir jetzt schon irgendwie so habe ich mir schon so vorgenommen ich schneide sie zu auf 22 schneide ich jetzt 22 ich glaube das ist jetzt ein gutes format oder was meint ihr also das gefällt mir jetzt wenn ich jetzt die seiten nehme die sind ein bisschen kleiner aber zentimeter oben halber zentimeter unten perfekt also das ist jetzt gut für mich so darf das für mich jetzt bleiben genau und ich werde jetzt alle seiten falten so dass ich die da reinpacken kann so jetzt haben wir das problem mit diesen seiten hier die sind ja hochkant und da muss man sich natürlich überlegen welchen teil von dem papier möchte man möchte man jetzt haben man kann aber auch ja ich würde das so machen dass ich das hier hin lege ich falte ich falte also wird es gebunden ich weiß jetzt erstmal so da wird es eingebunden an der kante so wird es ins journal gebunden und das untere werde ich dann nach oben falten so dass hier quasi eine tasche entsteht wie ich das einbinde weiß ich noch nicht das wird sich zeigen es wird sich zeigen also das werden wir dann sehen die meisten sachen falte ich einfach falte ich jetzt einfach auf die auf auf 5 in der hälfte aber manches bei manchen sachen geht das eben nicht das hier zum beispiel das funktioniert nicht das geht nicht auf auf 5 weil das eben kleiner ist das papier ist schon kleiner weil ich da vielleicht schon mal was abgeschnitten habe für ein anderes projekt darum ist das jetzt einfach kleiner da könnte man jetzt aber sehr gut diese karte hinpacken wenn man die da annäht zum beispiel und die unten in der tasche hin macht die würde ich hier annähen oder ankleben also solche seiten sind sowieso klar die bleiben so wie sie sind jetzt habe ich mir alles wieder verschoben also wieder unmöglich so das wird jetzt so eingebunden also zum beispiel oder so wie auch immer man will das kann man jetzt hier durchaus eigentlich auf die hälfte falten aber das will ich jetzt gar nicht das darf jetzt auch ein bisschen so zum beispiel so eingebunden dann haben wir das hier das können wir jetzt so rein machen das mal rechts und links ins taschen machen zum beispiel so dann haben wir das die reihenfolge der seiten steht jetzt noch nicht damit fest dass es jetzt so gemacht ist das ist noch völlig offen wie die reihenfolge wird dann haben wir natürlich unsere wunderbare alte buchseite die ist ein bisschen höher das ist jetzt ein bisschen schade aber ich knick das einfach um und machen wir einfach hier unten dann entsprechend einen kleinen tuckspot oder sowas hin ist der platz für für ein bisschen verzierung da unten so graues papier ist ja wieder relativ einfach das ist ziemlich dick ich glaube das nehme ich auch wieder für embellishments und dann haben wir noch dieses papier hier muss ich dann erstmal diese infoleiste da unten weg machen weil das stört mich jetzt doch ein bisschen dieser barcode das finde ich jetzt nicht wirklich schön das papier heißt lily of the valley vintage pattern paper von déjà vu ist schon ziemlich alt das gibt es wahrscheinlich nicht mehr also falls das jemand von euch sucht ich glaube das gibt es nicht mehr das können wir jetzt mehrmals in verschiedene richtungen eigentlich falten also einmal brauchen wir so eine seite ein stück weg ein stück weg von dem damit es so reinpasst und dann müssen wir es ja auch noch hoch falten damit wir hier wieder auf diese 21 cm kommen so und dann das ganze noch mal irgendwie halbwegs in der mitte muss aber nicht in der mitte sein weil ich denke es muss nicht in der mitte sein ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube das ist okay wenn wir das so machen das ist schon fast ein eigener folder das ding hier das ist schon fast ein eigener folder so jetzt habe ich alles mal zusammen und stelle jetzt fest das ganze ist immer noch ziemlich dick das ist jetzt wie man sieht schon recht fett und das ist nur eine signatur also ich glaube ich muss noch was rausnehmen da muss noch was raus ja aus der muss noch was raus also das bleibt auf jeden fall drin ist ja mal ganz klar dass das drin bleibt das möchte ich auch unbedingt eigentlich drin haben diese seite hier ich weiß noch nicht genau wie ich weiß aber eins nämlich dass diese ecke hier diese die muss weg sonst kann ich das nicht einnähen aber ich kann das auch so falten so wird es dann eingenäht so das kann man runterfalten und dann hat man das gut das hätte auch möchte ich auf jeden fall haben das hier ist auch sehr schön das hier ist jetzt nicht unbedingt notwendig also das muss nicht unbedingt sein kann ich auch drauf verzichten so dann habe ich dann habe ich was habe ich denn noch hier dieses buch das muss auch nicht unbedingt sein das finde ich eigentlich recht schönes papier das schwarze finde ich ganz gut das soll drin bleiben das muss auch nicht unbedingt sein den umschlag hätte ich gerne die alte seite hätte ich gerne schwarz und grün sind okay wie gesagt die reihenfolge der seiten ist jetzt immer noch nicht fix so das würde ich hier anbringen wir schauen mal viel rausgekommen ist ja jetzt immer noch nicht nur zwei drei sachen sind nur raus ist immer noch zu dick ich glaube dass es jetzt immer noch zu dick ist also was kann noch raus schauen wir mal kaffeepapier bleibt auf jeden fall drin das soll auch auf jeden fall drin bleiben das hier bin mir nicht sicher das könnte dahin dann haben wir das mit der seite dann wäre es ganz cool danach wieder etwas das dahin machen den umschlag und diese schwarze seite packpapier buchseite und das innenleben so wie viel haben wir denn jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn gut ja zehn perfekt also ich denke so kann es bleiben diese sachen gehen jetzt erstmal raus das heißt nicht dass sie komplett weg gehen das kann sein dass die später wieder für embellishments zum einsatz kommen das werden wir dann sehen aber jetzt sind sie erstmal raus aus dem rennen so ihr lieben die anderen zwei mache ich jetzt mal ohne euch und zeige euch dann das endergebnis wieder so jetzt bin ich soweit jetzt gibt es drei signaturen die noch nicht ganz so super mega fett sind ja natürlich wenn man sie einfach so frei laufen lässt werden sie schon ein bisschen fett ja klar natürlich vielleicht liegt auch noch die eine oder andere seite raus aber im prinzip haben wir jetzt erstmal drei signaturen ich schaue sie mit euch jetzt kurz durch das ist die erste die wir vorhin zusammen gemacht haben ich habe ihn bei jeder signatur diesen etwas dickeren karton deckel quasi drin das schauen wir uns dann jetzt einfach mal an daran kann sich aber immer noch was ändern das ist alles nur vorläufig liebe leute also nicht denken das war es jetzt das ist wirklich nur vorläufig auch die reihenfolge kann sich ändern das ist alles noch offen hier haben wir jetzt das erste mal ein designpapier mit motiv drin das ist also dieses mit dem baum das kann man eben zweimal runter klappen dann ich weiß noch nicht genau was ich damit mache wie ich das mache doppelte tasche mit dem paperclip geschlossen wahrscheinlich das zeigt sich dann das innere dekorieren graues papier das pergament papier der umschlag ein designpapier dann haben wir eine alte buchseite die ist hier unten gefaltet und dann in der mitte habe ich dieses designpapier das habe ich jetzt auch mehrmals gefaltet so dass ich hier eben eine tasche bildet und hier eine tasche bildet und hier vielleicht noch ein tag spot wie genau muss man dann sehen die buchseite auf der anderen seite packpapier designpapier umschlag jetzt kommt hier dieses stück von der karte das habe ich unten umgefaltet und das werde ich hier befestigen ob ich das klebe oder dran nähe das weiß ich noch nicht das muss ich dann schauen das graue papier der rest von unserem designpapier der baum papier und wieder dieser kleine umschlag so das ist die erste signatur die haben wir ja vorhin noch zusammen gemacht und die beiden anderen sehen so aus hier habe ich dieses grüne papier genommen also auch dieses dickere das hier ist jetzt ein etwas dünneres da habe ich das papier aufgespleißt in zwei hälften dadurch ist das dicke pappkartonpapier dünn geworden innen ist es so ein bisschen rau und so jetzt kommt hier kaffee gefärbtes karopapier ein stück designpapier buchseite ein rosa löschblattpapier die karte von stockholm umgefaltet designpapier mit herzchen das hier ist jetzt ein umschlag der da rein kommt ein ausdruck von der spitzen decke und in der mitte wieder so ein gefaltetes designpapier so dass man so auf und zu falten kann zurück wieder die spitzen decke die klappe vom umschlag das weiß ich noch nicht was ich damit jetzt mache ob ich das hier einfach an klebe oder ob da dann auch noch irgendwas drauf kommt zeigt sich dann im designprozess designpapier die karte mit zwei möglichkeiten hier etwas einzustecken das löschpapier die buchseite das designpapier und kaffee gefärbt und die rückseite und fertig das ist die zweite und die dritte sieht folgendermaßen aus so diese kanten hier vorne werden dann natürlich noch beigeschnitten weil das ist jetzt noch der rohzustand hier habe ich jetzt dieses designpapier verwendet mit den skelettblättern innen ist es eben grün dann haben wir jetzt hier wieder kaffee gefärbtes papier ein stückchen vom designpapier hier kommt etwas von notenpapier da habe ich früher schon mal eine ecke rausgeschnitten und verbraucht ich habe das jetzt einfach mal so eingefaltet das hier ist ein designpapier buchseite umschlag graues papier ein stück packpapier unten eingefaltet und in der mitte haben wir jetzt auch das designpapier gefaltet das packpapier die andere seite grau der rest vom umschlag buchseite designpapier hier habe ich jetzt dieses wunderbare grüne blatt von der stefanie das möchte ich auf jeden fall hier einbinden das kommt hier hin dann haben wir hier die noten auch wieder umgefaltet die mitte muss ich noch ein bisschen verstärken damit das nicht ausreißen wird beim nähen weil das hier schon so so offen ist an den stellen das zeige ich euch dann was man da machen kann so das ist dieses designpapier das ist genauso wie das andere bei dem bei der anderen signatur und das kann man so aufklappen so dass man eben das so sehen kann komplett so das war für mich jetzt die beste lösung das irgendwie zu verwenden weil ansonsten ist das format ein bisschen unglücklich sondern habe wieder kaffee gefärbt ist und wir haben das ende der signaturen so jetzt würfeln wir mal kurz unseren letzten würfel die stimmung und hoffen dass es was positives wird überraschung die stimmung ist überraschung das finde ich doch mal ganz gut also wir haben als würfel moment ich zeig es euch noch mal fürs wochenende tier oder pflanze gefaltet washi tape und überraschung das sind doch ganz gute würfel da kann man sich doch jetzt wirklich nicht beschweren oder das sind gute sachen ich bin gespannt was ihr am wochenende daraus macht und ich bin selbst gespannt was ich daraus mache weiß ich nämlich auch noch nicht so am nächsten mittwoch geht es dann weiter mit unseren signaturen das war es jetzt erstmal für heute die signaturen sind soweit bereit für weitere taten weitere verarbeitung also ich wünsche euch bis zum nächsten mal eine schöne zeit seid kreativ jankt euch was schönes und ich sage tschüss